und geniert am strand zum ersten mal draußen einpinkeln es wird nicht nur ein unvergesslicher urlaub am meer sondern auch eine einzigartige premiere zusammen mit seiner freundin pinkelt sich ole zum ersten mal öffentlich in die hose im ferienhaus wartet die erotische fortsetzung in form eines zuvor nicht dagewesenen naturseck genusses den beide sinnlich auszukosten wissen diese und noch viele lustvolle geschichten mehr findest du frei zum lesen auf unserer homepage edition minus augen punkt de